Es geht, ganz kurzer Ansage Leute, bevor ihr euch diesen absolut grauenschlechten Speedturn anschaut. Heute Abend gegen 18 Uhr wieder gestreamt, wir spielen SkyFact, LeapKaReacts und ich werde mit Trimax, also wenn er dann Zeit hat, auf jeden Fall mit Romar dran, machen wir auch mal versuchen einen Speedturn zu machen. Heute Abend 18 Uhr geht der Stream los, ihr wisst Bescheid beledet, dann bis gleich. Es ist 20 Uhr, hier ist das deutsche Fernsehen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesshow. Hallo, wollen wir anfangen? Wir machen Speedrun, Digga. Seid ihr euch ganz sicher? Auf Random Seat, auf Random Seat. Genau, Speedrun, Random Seat zu dritt, ohne Glitches, auf der 1.14.4. Also ich habe letztens alleine 1 Stunde 30 gebraucht, bis ich beim Enderdrachen war. Sympathisch. Und zu dritt können wir das easy schaffen, wenn wir unsere Aufgaben perfekt aufteilen, Leute. Machen wir jetzt hier einen richtig geilen Speedrun. Minecraft Speedrun, let's go, okay? Denken wir schaffen das in unter 40 Minuten. Nein, Romatra, jetzt übertreibt sich, unter 40 Minuten ist utopisch. Unter 40 Minuten, also ich könnte wirklich, wow. 2-3 Liter Wasser auf X trinken, damit ich danach kotzen könnte, so richtig derbe kotzen. Okay. Okay, wir haben komplett beschissenen Spawn schon. Wie viele versuchen machen wir? Nein, haben wir nicht! Haben wir nicht! Wir haben guten Spawn, oh Jungs, wir haben guten Spawn, okay. Also wir brauchen einen, der die Enderpellen holt und einen, der die Places holt. Ich mach die Enderpellen. Ich geh mit Max auch Holz und sowas holen erstmal. Okay, perfekt, ja. Okay, Holz holen, das schaffe ich. Max, nicht bewegen, nicht bewegen. Genau, müssen wir mal drauf? Mach ich nicht. Meine lieben Freunde, was ihr jetzt seht, ist ein Speedrun Minecraft. Wir versuchen innerhalb der kürzten Zeit den Enderrachen zu legen. Wir haben uns insgesamt das Ziel gesetzt, unter 50 Minuten. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Keine Glitches, keine Bugs. Es wird fair gespielt. Auf geht der Hase. Seed random, Map haben wir noch nie vorher gesehen. Let's f***, auf geht's. Robater, da vorne, guck mal hier. Stopp, nicht bewegen, nicht bewegen, Robater. Da ist Holz und da vorne ist ein Village. Siehst du das da? In die Richtung? Okay, seid ihr ready? Mhm. Drei, zwei, eins und go. Okay, kommt. Was machen wir jetzt? Holz holen, Holz holen, Holz holen. Wir wollen jetzt ganz schnell mal einen Speedrun machen. Wenn es losgeht. Es geht schon los. Es geht schon los. Gut, wie spielt man das am besten, Robater? Ich weiß es nicht. Ich renne ins Dorf mit dem Holz, was ich hab. Du musst einen Fletcher züchten und mit dem Emeralds holen. Wie züchtet ihr den Fletcher? Mit Holzsticks, ne? Du musst einen Fletching-Table machen. Du musst einen Fletching-Table machen. Und dann halt einfach einen... Wie heißt? Bringt ihr mir Holz ins Dorf? Ich muss erstmal bauen. Was bauen? Max, nein, wir brauchen Holz. Ich hab total lange nicht Minecraft gespielt. P***, Alter. Okay, okay, okay. Es ist egal, wie viel Zeit wir jetzt brauchen. Wir machen unser Bestes draus. Egal, ihr braucht uns nicht in den Chat schreiben. Das verschwendet, dies verschwendet. Egal. Und Rumatra sagst du, dass 40 Minuten brauchen wir, ja? Nein, auf keinen Fall. Jetzt schon verkackt. Nee, Rumatra hat's gesagt. Da vorne ist noch ein Village, da vorne ist noch ein Village. Oh mein Gott, da vorne ist noch ein Village. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid jetzt gerade. Wofür brauchen wir denn so viel Holz? Wie viel Holz brauchen wir? Ich hab Eisen gefunden und OP-Apfel. Nice. Ich hab ne Frage. Wir wollen den Ender Dragon besiegen mit Bogen und Pfeil. Nein, mit Betten. Oder Betten. Ja, auch Betten. Mit Pfeil und Bogen und Betten. Und wo sollen wir die ganzen Pfeile herkriegen? Brauchen wir dafür nicht ne Hühnerfarm? Max, du sollst keine... Romatra, das macht keinen Sinn. Der rafft's nicht, oder? Okay, Max, pass auf. Ich mach hier vorne in die Kiste. Du packst hier bitte so viel Holz rein, wie es nur geht, okay? Hä? Ja, was denn? Da ist doch alles andere drin. Mach doch jetzt, Max. Es geht doch nicht um die Sortierung, auch um Romatra. Der versteht das nicht. Alter, Junge. Es geht um Geschwindigkeit. Mein Gott, bist du ein Opfer, Alter. Also das ist so ein Scheiß-Seed. Hier sind wirklich, wirklich 12 Skelette. Ich weiß nicht, was ihr eingestellt habt. Gar nix, Alter. Das ist nicht immer ne Einstellungssache. Das ist einfach random. Das Game funktioniert halt so. Das ist immer da, wo ich bin, unglaublich viele Gegner sind. Ganz genau. Ja, ich kann nicht mehr sprinten. Ich hab kein Essen. So, ich hab schon 15 Emeralds getradet. Wo sind meine Sticks hin? Max, die hab ich gerade getradet. Ey, Digga, ich hab gleich schon alle Enderpearls zusammen, Romatra, ne? Echt jetzt? Ja, ich hab gleich schon den Cleric fertig. Hier vorne. Äh, Enderman soll ich nichts machen mit dem, ne? Mein Brewing Stand ist weg. Wie? Ich weiß nicht, warum der weg ist. Ich hab ihn abgebaut. Er ist, er ist gone. Mann, Alter. Ey. Wie dumm, Alter. Wie dumm, Mann. Richtig. Äh, allerletzte Frage nochmal. Das müsst ihr jetzt bitte beantworten. Soll ich die Endermänner angreifen oder nicht? Nein! Farm Holz! Du hast einen Job. Du sollst einfach nur Holz farmen. Reiß dich jetzt mal zusammen, Revi. Meine Güte, bist du lost. Alter, F***. Ich hab den anderen Brewing Stand. Wo ist der? Oh, no. Das glaub ich jetzt nicht. Halt's Maul, Max, Alter. Wirklich. Du machst die ganze Zeit gut. Du hast eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe. Alter, ich kotze gleich, ne? Wir sind das für 16 Minuten. Wir schaffen das easy unter einer Stunde. Auf keinen Fall. Ja, also wenn wir den Brewing Stand hätten, hätten wir es geschafft unter einer Stunde. Ja, ich weiß, Alter. Ich denke wirklich. Alter, mein Chat ist richtig pissed auf dich, Revi. Halt's Maul, Mann. Du kotzt mich so an. Ich hasse dich so, Max. Du machst mich so aggressiv. Hier ist doch sogar Lava im Village, du Bot. Du bist so lost, Alter. Ich bließe es dir vorher. Wie, Lava ist im Village. Ja, Lava ist im Village. Da hab ich mich doch schon verbrannt. Also, ihr seid beide, also wirklich. Ich bin bisher der beste Spieler von uns. 50 Emirates sind da. Mindestens 1 Deck kriegen wir hin. Max, ich brauche mehr Holz. Abgelehnt. Wo hast du dich denn hier runtergebuddelt, du Lost? Ich weiß nicht, wo ich mich runtergebuddelt hab. Das ist der schlechteste Speedrun der ganzen Welt. Wirklich. Ich finde auch gut, dass das Schmaß gesagt hat. Wir brauchen 40 Minuten. Okay, Romatra, ich komme mit dir. So, Romatra, wo bist du? Wo bist du, Romatra? In der Festung weiß ich nicht, wo ich bin. Ich hab mich verlaufen schon in der Festung. Ja, Dicker. Lost! Achtung, wie ist das Skelett? Na, guten Tag, da ist er. Sobald du eine Playstrot hast, gehst du wieder zurück direkt, gell? Und? Ich hab eine, komm her, komm her, komm her, komm her. Aber bitte, verschwende sie nicht, Revy. Ich verschwende sie? Die ist echt extrem wichtig, die Playstrot. Ich werde sie verschwenden. Was ist das für ein komischer Bug? Das ist kein Bug, das ist ein Angebot. Was ist denn im Speedrun eine... Was ist denn jetzt schon wieder? Das ist gar kein Bug, das ist ein Angebot. Max, da ist zwei Sticks übrig geblieben. Das hat mich mega getriggert, weil irgendwie günstiger... Das ist gar kein Bug, das ist ein Angebot. Stell dir mal vor, trial möchtest du beim Mediamarkt. Moment mal, das ist gar kein Bug, das ist einfach ein Angebot. Hab einen Brewing Stand, werd dir nicht mehr mit der Hand abbauen versprochen. Du hast zwei mit der Hand abgebaut, oder was? Jaja. Das ist dann schon... Und ich hab auch eben einen Villager getrapped, der schon einen Job hatte, das war auch ganz geil. Der war nämlich schon ein Schmied Romatra. Du musst jetzt... Ich bin so krass, ich mach grad drei Villager auf einmal zu einem Cleric. Alter, krass. Ich bin so krass, ich hab grad drei Brewing Stand auf einmal verschwendet. Alter, ich hab grad einen mit der Hand abgebaut und ich frag mich, was los ist. Und dann hab ich den nächsten auch noch mit der Hand abgebaut. Ich bin absolut krass, ich hab grad einen Stag Emeralds in die Lava geschmissen. Was sagt die Zeit? Wir sind bei 33 Minuten. Das ist echt gut. Wir schaffen das. Wenn ihr jetzt die Ender Pearls habt und ich noch Tier 4 Placerals habt, dann sind wir fertig mit dem Spiel. Dann haben wir's. Der Ender Drache töten ist ja die kleinste Aufgabe von den ganzen Aufgaben. Ja, das schwerste ist natürlich das Holzfarm, ne? Genau. Ey, man kauft Ender Pearls! Geil, edel. Kaufen, 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 kaufen. Ja, Max, Max! Hey, Max! Investier in Stonk! Max! Max! Gib schnell, gib schnell, gib schnell, deine, deine, deine... Die Sticks? Nein! Deine Emeralds! Die muss ich selber tauschen. Wohin? Gib mir den Pils! 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 Bring mich hin! Gib sie mir! Du musst nur sagen, was ihr damit machen soll! Gib sie mir bitte, Max! Lass's doch Max machen, komm! Hier, Max, kauf mir Ender Pearls! Ich habe neun Ender Pearls! Neun Ender Pearls hast du? Reicht! Komm her! Komm her! Geil! Ich hab zehn Blaze Rods! Ich hab zehn Blaze Rods! Ich komm jetzt wieder, ich hab zehn Blaze Rods! Damit können wir 20 Ender Augen machen! Ich bin in Minecraft Speedrun besser als in der normalen Minecraft, glaub ich! Da bin ich ja schon wieder, da werde ich aggressiv! Der gibt jetzt Bottle of Enchanting! Boah, da würde ich mir sogar Netherwards geben, das wäre heftig! Max, bitte! Brauchen wir gerade wirklich nicht, Alter! Das ist so geil! Brauchen wir gerade wirklich gar nicht, Junge! Oh, was ihr noch hättet machen können, wäre nach Kürbissen suchen! Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich! Oh, du bist ne Legende, Alter! Hier vorne sind welche, Digga! Ich glaub auch, wo Kürbisse sind! Toll, Max! Hier sind genau drei Kürbisse, Hals, Maul, dieser Seed ist doch ripped, Alter! Das kannst du nicht erzählen, dass mein Admin das nicht erst mal eingestellt hat, tut mir leid! Ne, Leute, das ist eben nicht alles fake! Ich schwör's euch, Digga! Ich schwör's euch wirklich! Auf mein, auf mein Leben, auf mein Grab, auf meine Eischel, auf meine Mutter, meine Familie, alles, Digga! Es ist nicht gefaked! We'll talk nicht! Wollen wir jetzt den Eintracht klatschen? Wir haben alles, wir können anfangen! Hallo, ich hab insgesamt 47 Pfeile, ne? Reicht das, Romatra? Nein! Insgesamt 47? Ja! Das reicht nie mal! 47 Pfeile für'n Ender Dragon! Wir brauchen alle mindestens ne Stack! Nein! Wir machen die Dinger kaputt und dann nehmen wir doch die Betten, oder? Guck mal, wir haben doch voll viele Betten, Alter! Ja, eigentlich müssten 40 Pfeile reichen! Ich hab jedem von uns 20 und du nimmst die Betten und wenn du das mit den Betten richtig machst, dann kriegst du das auch nicht! Hä? Ich auch nicht! Unter ne Stunde schaffen wir noch, unter ne Stunde schaffen wir noch, komm, let's go! Unter ne Stunde schaffen wir easy, Leute, ich glaub's an uns! Okay, was machen wir jetzt, Romatra? Ja, wir gehen jetzt, wir holen die 20 Pfeile, wir machen das einfach mit 40 Pfeilen, wenn's nicht reicht... Wenn wir uns jetzt richtig beeilen, dann können wir's noch unter 40 Minuten schaffen! Go jetzt mal! Schaffen wir niemals unter ne Stunde, schaffen wir niemals unter ne Stunde dann! Doch! Ich geh jetzt das Portal suchen! Katze? Nein! Was machst du denn jetzt mit der Katze? Oh mein Gott! Faden hat die mir gegeben, guck! Du bist so ein Monster! Brauchen wir das nicht für... No, brauchen wir nicht! Boom! Das stimmt nicht! Ich hab Pfeile, ich hab Pfeile, ich hab Pfeile! Oh mein Gott, ich hab so viele Pfeile gekauft, Jungs! Ich hab, äh, so viele Pfeile-Slacks, let's go! Okay, wir können los! Ja, aber Rewi ist grad echt... Also, ich weiß nicht, was wir... Nein, du bist... Du hast ne Katze getötet, anstatt mir weiter zu folgen! Das war's! Du hast ne Katze getötet und damit lockt... Also, du sag... Du regst dich auf, dass du... Ich hab grad die Sachen geholt, Mann! Ich bin schon längst weg, Max! Entweder du rennst erst dahin oder Romator und ich legen die Drachen alleine. Wir warten nicht auf dich! Ich weiß nicht, wenn du deinen Koordinaten liest... Alter! Digga, hast du ein... Elytriell auf dem Rücken? Elytriell, ein Elytriell... Wie heißt das? Elytriell... Elytriell auf dem Rücken... Elytriell auf dem Rücken... Du bist so ein Opfer, Alter, Mann! Ja, Mann! Mit dem Seed hier, mit dem Seed kriegen wir das so schnell eigentlich hin, ne? Eigentlich, wir machen das nochmal im nächsten Stream, Digga! Wir werden jetzt konditionieren uns! Max, du hast mich echt heute so aggressiv wieder gemacht, ne? Du mich auch! Boah, das... Ja, noch haben wir es nicht geschafft, Alter! Hier, nimm du mal einen, werf du mal einen und guck, wo sie hinlanden! Ja! Nach unten! Die gehen nach unten, die gehen nach unten! Echt? Da im Wasser! Ja, ja, im Wasser! Hallo, dann müssen wir hier buddeln, oder? Ja, ja, wir müssen hier buddeln! Hast du ne Schaufel? Pizze, sag sie mir! 550.300! 550.300! Ich bin an euch vorbeigerannt! Ich steh hier frei, wenn ich... Ich mach hier einfach nicht redet! 6.300! Das ist im Wasser! 55 Minuten, Leute, wir schaffts noch unter der Stunde! Let's go! Hör mal auf, wir zu buddeln, Alter! Hallo! Max! Ey! Freu dich doch, dass ich da bin! Nein! Du kotzt nicht an! Ich hab's gefunden! Ich hab's gefunden! Ich hab's! Hier, Feile, Feile, Feile für jeden Stack, Feile! Ich hab's... Nein, f*** nicht! Oh mein Gott, was ist das hier? Baiting doch nicht so dumm! Hä? Hä? Hier liegt Loot! Von wem? Das, das gruselig, da liegt Loot! Von irgendeinem! Hä? Wem? Ah ja, das hab ich da runter geworfen! Alles gut, das hab ich da runter geworfen! Wir sind 58 Minuten jetzt dran! 58 Minuten, okay! Können wir noch schaffen, theoretisch? Nein, können wir nicht! Ich find... Ich bin lost, Alter! Ich weiß auch nicht, wo es ist, Alter! Ich raff's nicht! Wo ist das? Das kann doch nicht sein, Leute, oder? Ja, vorbei, wir haben jetzt eine Stunde gebraucht! Es gibt doch Fake-Enderfest und ohne Portal gibt's nicht! Ich hab's, ich hab's, ich hab's! Das wird dann geschlagen! Geht ihr schnell das Bett pennen! Geht ihr schnell das Bett pennen! So, let's go! Rein, 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 rein! Wer geht vor? Oh, wo sind die, wo sind die, wo sind die, wo sind die? Kürbisse? Hab ich nicht dabei! Ohhhh... Joke, ich hab's, ich hab's, ich hab's dabei, ich hab's dabei! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich geh auf jeden Fall ein! Alter! Jungs! Wir haben so reingeschissen! Ja, ja, aber wenn der Drache jetzt kommt, sonst sind wir tot! Ja, dann hast du Double Layer oder so bauen, oder irgendwas! Double Layer! Das ist der beschissenste End, den man haben kann, ne? Ich fang an, die Dinger kaputt zu machen, gell? Ich bin so schlecht darin, ne? Ich kann das gar nicht! Wusste ich, dass das Schaden macht? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben werden? Sehr hoch! Mal gucken? Nice! Hit, Alter! Nice one! Okay, lauf den Drachen! Let's go! Alter, ich hasse das hier, ich seh hier gar nichts! Irgendwas greift mich hier an! WTF? Treffer! Nice! Mein erster Shot! Nee! Ist der Drache hier? Die Diamantenschwert angreifen! Da, Conny! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja, ja! Krass, oder? Max ist gut! Max war's! Das war's mit Max! Mann! Ich... Oh, geil! Oh, das machst du gut, Revy! Das war echt solide! Wir müssen diesen Drachen jetzt töten, Max! Wo sind denn meine Sachen? Max, entspann dich doch bitte jetzt einfach! Ist doch egal! Hauptsache, wir schaffen das jetzt hier! Ist doch Team-Effort! Komm! Ist der da? Ja, ja! Achtung, Max! Weg, 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 weg! Oh, F***! Ich flieg so hoch, ich flieg so hoch! Water Emelie, bitte, bitte, bitte! Water Emelie, Water Emelie, Water Emelie! Nein! Ich hab's nicht geschafft, Digga! Ich komm, ich komm! Mach, deine Sachen sind weg! Max hat all deine Sachen genommen! Du bist so eine Missgeburt! Max, wenn du meine Sachen jetzt genommen hast, Digga, dann banne ich dich jetzt vom Server! Ich mein's ernst! Gib mir meine Sachen weg! Max! Max! Du bist so... Nein, du leistest nichts! Du leistest nichts für's Team und... Digga, ich hasse dich so, ich schwör... Ich hab alles... Ich hab alle Enderpellen geholt! Gib den... ...sachen verstört! Du hast nicht meine Rüstung an, du bist geboren! Gib mir... ...den Stuff zurück! Ich schwör, ich bring dich jetzt... Bruh... Du bist so... Du bist so behindert, Max! Du bist der behindertste Mensch der Welt, bist du wirklich! Du bist so entretarded, Alter! Du bist so behindert! Ich sterb nicht! Ich sterb nicht! Ich sterb nicht! Ich sterb nicht! Ich hab drei Pfeile, nimm. Ich habe noch Blaze Powder. Baby. Ich will nicht, ich... Du hast alles zunichte gemacht, Digga. Die komplette Zeit, alles. Ich rede nicht mehr mit dir, du Wig... Ich hab noch drei Betten. Ich baue unsere drei Spawn-Betten ab. Das ist unser letzter Schwaffinger. Ja, piss dich von dem Stuff hier. Ich kann die Stuff nicht aufnehmen. Warum geht das nicht? Ich kann nur noch die Spawn-Betten. Was ist denn das? Guck mal, was ich jetzt mache. Nee, ich kann es auch nicht aufheben. Ich habe nichts zu essen. Ist mir jetzt egal. Kämpf, 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 kämpf. Warte, warte, warte. Ich spreche jetzt in Luft. Lauf mich selber. Du hast es nicht geschafft, Promazro. Du hast es nicht geschafft. Hä, wie? Ich hab es nicht geschafft. Max, wir schaff es noch. Wir schaff es noch. Wir schaff es noch. HIT! Max, mach weiter! HIT, Max! HIT! Ein Loch! Oh, der greift mich komplett an. Alter, ich habe keine Pfeile mehr. HIT! Ja! Ich habe ihn. Stopp, stimmt nicht. Eine Stunde, zehn Minuten. Stimmt nicht. Es zählt erst, wenn wir ins Endportal reingesprungen sind. GG. Ja! Eine Stunde, elf Minuten, acht Sekunden. Digga! Alter! Eins, oh mein Gott, wirklich! Eine Stunde, elf, eins, elf, elf! Eine Stunde, elf? Eins, elf, elf? Ja! Eine Stunde, elf Minuten und elf Sekunden. War eine gute Sache. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen. Ich habe alle Sticks geholt. Alle Emeralds. Alle Enderungen dadurch. Max, du hast es am Endeffekt, hast du es wirklich fast versaut. Jetzt fasse ich Revi zusammen. Revi findet, weil wir Glück im Seat haben, instant zwei Brewing Stands, macht sie beide mit der Hand kaputt und hat am Ende meine Sachen explodiert, dass ich kein Stuff mehr hatte. Romatra, können wir das nächste Mal zu zweit machen, bitte, Digga? Ich war noch nie... Ohne mich hättest ihr das nicht in unter drei Stunden geschafft. Ich war noch nie... Ich habe den Enderdrachen getötet. Romatra macht da seine Selbstmordkacke, sprechst in die Luft, der Drachen hat nichts abgezogen. Bevi kann nichts aufsammeln und ist völlig lost und stirbt die ganze Zeit. Max, wir wären... Pass auf, Max! Ist auch egal, Mann. Wir haben es irgendwie als Team hinbekommen, Max, aber ich schwöre, du hast mich heute wieder komplett zur Weißlut getrieben mit deiner behinderten Katze. Dann noch gerade die Aktion mit den... Wie, die Katze? Hat dich sauer gemacht? Ja. Dann die Aktion, wie du mir die Emeralds nicht geben wolltest, Junge. Ich... Alter. Ja, ja, ja. Kannst du mich auch nicht mitmachen lassen und ich farm 90 Minuten lang Holz und ihr macht den Drachen in der Zeit. Alle schreiben, er farmt Holz und fühlt sich krass egal. Es war krankwitzig, Leute. Wir sind alle drei komplett beschissen. Nächstes Mal machen wir es wirklich unter einer Stunde und dann unter einer halben Stunde. Abonnieren...